Halli, Hallöchen, willkommen bei Hertha-Geek, Freunde. Ja, Gladbach, Gladbach, 1-0 verloren. Aber irgendwie fühlt sich das doch gar nicht mal so negativ an. Ich würde sagen, wenn es eine Niederlage gibt, die sich wie ein Sieg anfühlt, dann sind wir eigentlich so auf der Seite. Kann man fast sagen, es war Murks, weil die Punkte fehlen, aber man ist trotzdem gut drauf, finde ich. Ja, heute bin ich mal wieder alone. Ja, meine bessere Hälfte, Nicole, muss mal wieder ran und ackern. Ja, wir sind ja hier kein berufliches Hauptunternehmen, sondern das ist ja alles auch noch Hobby. Und deswegen, wenn der Chef ruft, dann muss man eben hin. Und so ist das auch. Aber egal, was erwartet euch denn jetzt hier bei mir in dieser Sendung? Also wir gehen da voll in das Gladbach-Hertha-Spiel rein, Analyse, Highlights. Und natürlich haben wir auch wieder Hit and Shit am Start. Ja, das ist immer zum Schluss eine ganz geile Sache. Und ja, dann kurz mal anschneiden, was da nächstes Wochenende los ist. Okay, aber lasst uns doch mal gleich jetzt hier beginnen mit der Aufstellung. Ja, also es war jetzt keine große Überraschung. Christensen ist im Tor. Der ist gesetzt. Jetzt gerade durch diesen Eklat mit Jahrstein mehr als denn je. Aber ich denke mal, da wird sich im Verein noch was tun müssen. Ja, müssen. Da werde ich auch noch gleich in dieser Analyse drauf eingehen. Torwart-Problem. Dann mit die, ja, links, ja, mit die Setzplatte. Dann haben wir in der Innenverteidigung den Kämpf gehabt. Uremovic und Kenny auf der rechten Seite dann. Mittelfeld, Sunjic, unser Abräumer. Ja, Serdar und Toussar, der ja den Käpt'n mimt, solange der Ersatz nicht auf dem Feld ist und die Nummer 1 nicht auf dem Feld ist. Ja, Nummer 1 wäre ja Platte verletzt und Ersatz ist ja unter Print. Und da ist eben Toussar die Nummer 3 und macht das aus meiner Sicht auch super. Dann Juke, Konga, ja, und wen haben wir da noch? Luke Bakio. Ja, wie kann ich diesen Menschen denn vergessen, diesen geilen Spieler? Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. Das war unsere Startelf, die ins Rennen ging. Eigentlich, ja, weitestgehend deckungsgleich gegen Frankfurt. Da haben wir, glaube ich, auch so performt am Anfang. Und, ja, Ersatzspieler waren einige mitgereist, die fit waren und auch wahrscheinlich die eine oder andere Minute im Vorfeld, man ihnen schon angedacht hatte, kam ja auch so. Ja, das war eigentlich ähnlich wie in Frankfurt, aber dazu vielleicht später auch mehr. Okay, fangen wir einfach an. Ja, gleich am Anfang muss man sagen, Gladbach, sehr spielbestimmt, kam mir jetzt nicht so ungewohnt vor, weil sie ja auch zu Hause waren. Eine spielstarke Mannschaft, die auch das Spiel diktieren können, ja, zu Hause. Und waren da eigentlich ganz gut schon reingekommen, aber Hertha hatte sie quasi ab Mittelfeld, äh, Mitte, nicht Mittelfeld, äh, Mittelfeld, Mitte, dann attackiert. Also Hertha war wirklich da auch sehr präsent und ließ sie zwar ein bisschen in eigenen Reihen machen, aber dann doch wirklich schon so ein bisschen, muss man auch sagen, die Hand von unserem neuen Coach zu sehen, dass man gleich den Gegner attackiert, bevor er zu gefährlich von Strafraum kommt. Das ist eigentlich eine neue Geschichte, finde ich ganz gut, auch dieses Umschaltspiel, daraus resultieren ja da auch gute Angriffe. Naja, dann, äh, war wirklich eine, eine Chancenflut auf beiden Seiten, ja, muss man, ähm, so ansagen. Also, es war Plea, war bei Gladbach, äh, einmal sehr gut durchgekommen, ja, dann Ejuke auch bei Hertha, dann, äh, Thüram vorne, auch, äh, ganz knapp gescheitert, ja, und, äh, natürlich dann, äh, Luke Bakio, ja, also, den Namen, äh, werde ich jetzt noch öfter nennen müssen in diesem Spiel, äh, hatte auch so seine Chancen. Also, es war sehr, sehr ausgeglichen, äh, die Torhüter standen auch im Fokus, äh, ähm, ja, da war eigentlich, äh, ein munteres Spiel am Laufen, ja, äh, hüben wie drüben, also, ähm, es sah ordentlich aus, man hatte auch gleich das Gefühl, äh, oh, Hertha macht quasi, äh, wie schon in Frankfurt einfach weiter. Nicht in Frankfurt, sondern gegen Frankfurt, ja, wie gegen Frankfurt einfach weiter und, äh, die Einstellung stimmt, ja, das stimmte eigentlich irgendwie, man hat das Gefühl gehabt, da war, äh, von vornherein alles sehr präsent. Das war cool. Aber was dann sehr uncool war, geile Brücke, 34. Minute L war, ja, Mitti, äh, verursachte das Ding, sprang hoch wie so ein, äh, ich sag mal, Urang-Utan, ähm, ich, ich, ich verstehe das, ehrlich gesagt, äh, 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 überhaupt nicht, weil es war auch einer Strafraum, um die am 16er-Grenze, ich meine, äh, warum, äh, muss, äh, muss, äh, Mitti denn wirklich, äh, sich wegdrehen, den Arm so hochziehen, weil irgendwie wird doch im Training immer eingebläut, Leute, sobald ihr da am 16er seid, äh, ist der Arm angeklebt. Und ich muss auch mal sagen, äh, das ist wieder so ein altes Mitti-Ding, ja, was er immer so ein bisschen drauf hat, dieses, ähm, Larifari, äh, auch diese Grätschen, da komme ich auch noch nachher noch, äh, 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 darauf hin, äh, darauf zu, ähm, dieses, äh, bisschen, ähm, überhastete, ja, und ich kann mich daran erinnern, dass in der Vergangenheit, äh, Mitti auch das ein oder andere verursacht hat, sei es Freistoß, auch Elfmeter und so weiter, durch diese überschwellige, unkontrollierte Art und Weise, ja, also das war an dem Punkt sehr unnötig, das, äh, ist wieder so ein, ein Fall von Hertha, äh, wir schwächen uns mal selbst ein wenig, wenn es schon Gladbach nicht schafft richtig, ja, äh, äh, braucht kein Mensch, aber es war halt so, ja, und dann, ja, wurde das Ding auch reingemacht, ähm, dann hieß es 1, äh, 0 für Gladbach, ja, und, ähm, hatten die auch danach wirklich, äh, sehr viel Ballbesitz, aber Hertha, muss man sagen, auch wieder so ein bisschen Handschrift, äh, von Sandro Schwarz, ähm, nicht, äh, sich fallen gelassen, ja, nicht umgekippt, wie in der vergangenen Saison, ja, wenn ein Tor, pfff, dann reinbekommen hattest, äh, oft, äh, ja, dann lief gar nichts bei Hertha, ne, Köpfe runter und so und nach dem Motto, ach, fuck you, äh, wieder alte Schiene, jetzt geht's wieder nach unten. Nein, es ging nicht nach unten, es ging weiter stabil nach oben und in der 43. Minute hatte unser Luke Baggio, ich finde den Namen einfach geil, äh, äh, oder ich kann auch Dodi sagen, ja, boah, ist Luke Baggio, also hatte Dodi eine richtig gute Chance, aber leider dann, ich glaube, übers Tor gedremmelt, äh, er war wirklich, äh, dermaßen präsent, also würde mich nicht wundern, wenn er in der Kicker, äh, wieder in der, äh, Mannschaft, äh, äh, des Spieltages drin wäre, ähm, ähm, dermaßen, äh, agil, äh, technisch stark, ja, äh, und hat wirklich den einen oder anderen Verteid einfach stehen lassen, der hatte ein Tempo drauf und dann noch diese Technik dabei, also das ist der Wahnsinn. Also der macht uns richtig Freude, diese Saison, ja, Luke Baggio, Dodi, pff, Chapeau. Ja, dann zweite Hälfte, so stand der 1-0 für Gladbach und, äh, das Niveau fiel leider, ja, also Gladbach spielte, pff, gesellig immer in seinen eigenen Reihen, sehr, sehr, sehr kontrolliert, sehr sicher und, ähm, dann, äh, Hertha, was habe ich hier zu stehen, äh, hatte eigentlich nicht viel gegenzusetzen, ja. Dodi, Luke Baggio. Oh Gott, ich nerve, aber er hat wirklich dem Spiel so oft, äh, Akzente gesetzt, hatte dann in der 70. Nein, Quatsch, kurz vor der 70. Minute, äh, auch noch, ähm, gute Situation, äh, wo er leider so ein bisschen vertändelt hat den Ball, wo er, glaube ich, abgespielt hat, wo er hätte lieber schießen sollen, ja. Er war so, also, ich hatte, ich war wieder so am, 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 am Brüllen, ich meinte, ey, Junge, mach den doch einfach mal rein, du, 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 du erntest nicht, was du siehst. Oh ja, das hört sich ja jetzt lustig an, aber ist doch so, ja, er gibt sich so eine Mühe und, ähm, aber, ähm, kriegt dann die Pille nicht rein und das ist, äh, wirklich sehr, sehr fatal. Ja, 70. Minute, dann, äh, zweiter Handelfer, äh, wo man sagte, what a fuck, what a shit, oh mein Gott, nö, will man nicht. Aber es war so, ja, äh, man hat, äh, in der Zeitlupe gesehen, also, kurze Situationsbeschreibung, Tumult, äh, im Strafraum nach Ecke für Gladbach und, äh, Uremovic steigt irgendwie in die Masse rein, wirft sich so ein bisschen da so in den Gegner rein und wird, glaube ich, von der Schulter vom Gegner dann irgendwie so reingedreht mit langem Arm, der Ball berührte ihn und es sah natürlich auch so aus, also, es ist, es ist, ich weiß es nicht. Also rein vom Verstand her hätte ich als Schiedsrichter vielleicht gesagt, ja, war nicht mit Absicht. Das, das hat man irgendwie da so gesehen, äh, aber dadurch, dass der Ball natürlich die Fluglinie absolut dann, äh, verlassen hatte und der Arm ja nicht am Körper war, sondern gestreckt, war es schon Hand. Ja. Unwichtig, äh, also darüber noch weiter zu phaseln, weil Schiedsrichter hat ja gefiffen. Dann war es leider so, dass der, äh, gute Uremovic ja schon eine Gelbe hatte. Ich glaube sogar nur durch Meggern. Ach ja, es war bei dem Elfer davor, der hatte ja so ein bisschen hier Zeitspiel gemacht und so und, ja, und da, ähm, war das dann so, dass er Gelb-Rot bekommen hat, ja, und dann eben der Elfmeter, der aber von unserem Christensen gehalten wurde, weil Hoffmann die Pille nicht richtig einnetzen konnte. Also, man sah irgendwie auch am Schutz, dass der da rechts reinschießt. Also, er hat es sehr ungeschickt gemacht, das war wie Zeitlupe aus. Hatte vorher ein kleines, verbales, äh, Täter-Tä, wegen, wer schießt jetzt nur? Ich glaube, ich weiß nicht, ob Player schießen wollte oder so, da wollten einige noch die, äh, die Pille haben, aber Hoffmann hat sich durchgesetzt, aber das war dann leider fatal. Ja, 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 dann stand es, äh, immer noch 1-0, aber die waren da ein, ein weniger, ne? Es wurde dann fleißig gewechselt, äh, durchgewechselt, äh, bei Hertha relativ viel, ja, äh, dann musste ja, äh, der Uremovic ersetzt werden, dann kam der da, da, für ihn, aber, äh, der Sturm wurde auch durchgereicht, ja, äh, irgendwie war nachher Selke und, äh, äh, dann, äh, Prinz auf dem Feld, äh, dann der, äh, äh, Böetius, also Pond, äh, kam er dann auch, äh, dann wurde quasi die Offensive im Mittelfeld verstärkt, äh, der Sunic ging raus, äh, also, äh, es wurde fleißig gewechselt, äh, Konga ging raus, äh, der ging noch raus, ja, Serda auch, äh, also, ähm, da war jeder mal, äh, angesagt, äh, und der Juvitic natürlich, der hatte nämlich dann auch, äh, gut, äh, eine, äh, Situation, äh, die der, äh, äh, Boateng dann quasi, äh, äh, bekommen hat, also, ich glaube, der, das hört sich auch total bescheuert an, äh, äh, ich glaube, Juvitic hatte irgendwie, äh, aufs Tor geschossen und, äh, der Ball ging, oder geflankt, ich weiß es nicht, jedenfalls kam die Situation von Juvitic, das weiß ich. Ja, und, äh, und, äh, Boateng rutschte noch rein, äh, am rechten Pfosten und hatte den Ball ganz knapp verpasst, sodass in der 88. Minute es vielleicht noch zu einem Ausgleich hätte kommen können. Das war noch so diese Situation, ja, äh, von Juvitic, äh, inszeniert und Boateng, äh, durch seine Grätsche leider nicht, äh, perfekt vollendet, ja. Ja, also, äh, so war dann, ähm, das Spiel, äh, vorbei, äh, man muss sagen, dass, äh, die ganze Zeit, ähm, Gladbach das ganz gefällig in den eigenen Reihen hielt, äh, sie waren sehr abgeklärt, man merkte auch, dass die Mannschaft, äh, im Gegensatz zu Hertha, schon sehr lange zusammenspielt und, äh, alles kennt, die Laufwege, die Abwehrverhalten oder das Abwehrverhalten und so weiter und so fort, das hat man dann schon gemerkt. Das hat so ein bisschen genervt, weil sie haben dann, äh, rechts, links gespielt, gut verlagert, ja, sie haben Hertha so ein bisschen laufen lassen und dann im richtigen Augenblick wieder ein bisschen nach vorne geschoben. Sehr geil gemacht, muss ich sagen. Es sah, äh, nicht gut aus, aber das ist auch ein Zeichen von einer guten Truppe, die quasi, äh, so, äh, den Sieg nach Hause fahren. Das ist auch eine Kunst, ja, ohne hektisch zu werden. Also, Gladbach wirkte da nicht hektisch. Überhaupt nicht, ja. Und, ähm, Hertha hat, war immer bemüht. Also, wir waren wirklich bemüht. Wir haben uns eigentlich in kein, äh, äh, keinen Augenblick des Spieles so richtig hängen lassen. Äh, wir, äh, wir waren immer dran. Es gab zwar Zeiten, wo wir keine Lösung fanden, aber durch Luke Baggio immer wieder, äh, gefährlich wurden. Der Junge war, der ist wirklich klasse. Also, ich hoffe, der bleibt in dieser Form. Und auch, ähm, auch am Anfang, ja, Injuke war auch wirklich, der hatte auch, äh, einen auf dem Latschen gehabt. Äh, toller Typ. Also, der Sturm steht, ähm, finde ich sehr gut. Ich hoffe, dass diese Dreier-Konstellation mit Injuke, äh, Konga und, äh, Luke Baggio erstmal so bleiben kann. Ja, hoffe, dass sich da keiner verletzt oder so. Mittelfeld eigentlich auch gut aufgestellt. Muss man jetzt wirklich sagen, da kommt auch immer mehr Stabilität hin, ja. Ja, Sunic ist ja auch so ein Abräumer, der ja, äh, unseren, ähm, Santi Askasibar, äh, super, muss ich sagen, schon auch ersetzt. Und, äh, durch Tussar auch, äh, der, der Fighter und auch Lida, kann man ein bisschen sagen. Und Serdar eben, und, naja, durch diesen, äh, Böthius, oder Böthius, äh, den man dann auch offensiv noch nachschieben kann, wenn Sunic rausgeht und so, immer eine tolle Variante. Ja, also, da finde ich auch prima. Was wirklich? Und jetzt komme ich wieder zum Punkt, den ich kurz mal ein bisschen besprechen muss. Äh, immer noch eine Plage, es ist unsere Abwehr, ja. Ähm, da fehlt noch das Zusammenspiel. Und, ähm, wo fängt erst mal die Abwehr an? Beim Torwart, ja, beim Christensen. Und jetzt sind wir mal bei dem Thema. Ich mache mal diese Torwart-Geschichte, äh, auf, da schiebe ich mal die Schublade auf, äh, und sage, ähm, was, äh, sollte man da unternehmen? Ähm, ich finde, äh, einerseits natürlich dem Jungen noch Chance geben, ist klar. Wir haben ja, es war jetzt der dritte Spieltag und man muss sehen. Aber, äh, es verhält sich so aus meiner Sicht, dass ihm gewisse Routine, Spielpraxis, Auge leicht doch fehlt. Also, ich hatte, äh, zu Nicole heute früh, wir haben über das Spiel geredet und, ähm, naja, erstmal war sie ja gefrustet, dass sie das nicht sehen konnte. Sie, äh, ist schon wieder, ähm, äh, nur auf Achse und sie muss das ganze Wochenende durchknüppeln. Aber sie will sich das nochmal ganz in Ruhe angucken und dann nochmal mit mir reden. Aber, ähm, ich meinte zu ihr, ja, das ist so, ähm, für mich ein guter Zweitliga-Torwart momentan, momentan in der Verfassung. Aber ein guter, die zweite Bundesliga ist ja auch nicht schlecht. Also, kann man ja nicht meckern, ja, aber, ähm, es fehlt noch, äh, er wirkt sehr unsicher, sehr fahrig, äh, und, äh, haut doch öfter mal mit der Faust irgendwie ins Leere oder, äh, oder kann den Ball nicht richtig, äh, einschätzen, äh, und, äh, verzapft dann irgendetwas, was teilweise auch zu einer gefährlichen Situation führt, dann für den Gegner. Er hat zwar einen Elfmeter gehalten, ja, sag ich, prima, äh, und auch die eine oder andere Chance gut, äh, pariert, aber auch wiederum sehr viel Phasiges gehabt. Und jetzt haben wir ja nicht den, äh, äh, guten Jahrstein mehr. Ich weiß nicht, wie die Situation das ergibt, ob er wirklich den Verein verlässt, das ist mir jetzt an diesem Augenblick, äh, noch nicht ganz präsent. Ich denke mal, da wird es schon irgendwie sowas geben. Und, ähm, ja, da fehlt uns eine Nummer zwei, die auch mal die Nummer eins ersetzen kann, wenn sie gerade nicht so gut drauf ist. Da haben wir nur zwei Nachwuchstorhüter. Also, in dem Fall muss wirklich noch nachgelegt werden. Ja, nachgelegt werden. Also, ähm, Torwartproblem, sage ich mal. Wir haben schon so, äh, eine Situation gerade, da wäre mehr Stabilität im Tor eine geile Geschichte. Da müssen wir mal sehen, was sich da noch tut. Gut. Und, äh, dann noch, ähm, ja, Verteidiger mit die Versus Platte. Ja, äh, ist ja auch so in den Medien ein bisschen breit getreten worden. Äh, oder auch, äh, in anderen, auf anderen Plattformen. Ich höre auch sehr gerne Podcasts, wo das stark beredet, äh, ob man nicht hat Platte zu früh, äh, diesen, diesen Captain-Job, äh, dann gegeben und nicht noch länger gewartet, wie er auftritt, äh, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Midi quasi die linke Seite, äh, bespielt in der Abwehr und so weiter. Aber man muss sagen, äh, Frankfurt, klar, Frankfurt-Spiel, Midi sehr gut. Heute, also heute nicht, aber ich nehme es ja erst heute auf. Aber gestern quasi dann, ähm, gegen, äh, Gladbach eigentlich auch ganz gut. Gut, aber dann kam wieder, und das ist wieder dieses Midi-Ding. Ja, da kamen wieder so diese Larifari-Momente, äh, wo man denkt, ah, das, der, der spielt da wie so ein ganz junger, obwohl er ja, glaube ich, auch 25 schon ist. Und, äh, das hat er immer wieder drauf. Auch dieses, äh, äh, falsche, äh, rangehen im, im Sechzehner gegenüber dem, äh, Stürmer. Ja, da ist es immer ganz knapp, weil da waren noch zwei Situationen, eine auch mit Midi, wo man in der, äh, Nachbetrachtung, sag ich mal jetzt über ein VR oder so, auch hätte Elfmeter gehen können. Das war diesmal ganz kurios. Wenn alles mies gelaufen wäre, alles hätte Hertha, äh, vier Elfmeter verursacht. Ja, äh, einmal ist auch Midi wieder so reingegrätscht und so, äh, ich glaube, gegen, äh, Neuhaus. Ähm, und, äh, das sah auch wieder an der Zeitlupe, ey, da hast du auch gesagt, ey, pff, Mann, Junge, ey. Ja, ja, warum? Also lieber, äh, bleib doch stabil parallel stehen und sieh dir an, was der Stürmer macht und dann Bein vor. Und nicht immer so dieses, das hat mich ja auch schon bei diesen Einelfmeter, äh, wo waren das, ging, äh, im Braunschweig, äh, von, äh, von Boyata, ja, mit seinen, mit seinen langen Gräten da, noch dieses Rumstochern. Junge, äh, nee. Ja, und, und bei Midi ist das oft. Und ich sag immer, man darf dem Platte auch nicht zu, zu, zu negativ reden jetzt, weil er verletzt ist oder so und sagen, ja, hier, eins zu eins ersetzt und so. Bei Platte ist es ganz oft, man sieht ihn im Spiel nicht so dominant, aber er hat dann seine guten Zehen, seine Flanken, die top sind und so. Ich meine, Mittis Flanken kommen jetzt auch besser. Es war ja auch, äh, teilweise unterirdisch, was er in diesem, äh, letzten Saison, ja, verzapft hatte. Aber das ist wiederum, dann siehst du, dass der Platte oft sowas nicht verzapft, ja. Also das ist der, da hat er mal wahrscheinlich mehr Routine, ja. Und, ähm, deswegen, also das ist auch noch so eine Situation mit die Platte, ähm, ich weiß gar nicht, ob Midi auch jetzt, äh, vielleicht doch noch, äh, für einen, ähm, Transfer bereitsteht. Eine Zeit lang hieß es ja, er soll eigentlich auch gehen. Jetzt kam die Verletzung. Ich weiß nicht, ob es jetzt, äh, durch diese Situation wieder, wie ich jetzt auch schon die Schublade geöffnet habe, wieder, wiss ich nicht, neue Diskussionen gibt. Aber man, man muss es sehen. Also das hat mich wieder so geärgert, ja. Erstens, äh, den verursachten Elfmeter und zweitens den fast verursachten Elfmeter. Also wenn da der VR nochmal richtig stark eingegriffen hätte und der Schiri wahrscheinlich nicht gesagt hätte, ey, ich kann nicht pausen, muss ich Elfmeter geben, ähm, wäre er dann vielleicht, äh, nochmal gefiffen worden. Und das ist bei Midi leider so oft, so oft, ja, das sehr oft. Und das war wieder in diesem Spieltag stark, ja, gegen Frankfurt war es irgendwie nicht so, aber da war es wieder stark. Also, so gut wie er teilweise nach vorne ist, ähm, ist er teilweise hinten dann auch sehr faserig. Also auch ein, ein Thema, die Abwehr. Ja, ich, ich sag mal, bei Kempf und Oremovic, äh, braucht man noch mehr Abstimmung, mehr, mehr, äh, Spielzeit, mehr, ja, Einspielzeit. Die müssen sich noch, äh, blind, äh, aufeinander verlassen können. Das ist oft noch nicht so ganz gegeben, aber ich glaube, die beiden Jungs kommen, haben auch gute Backups. Also sie haben auch durch Gechter und durch, äh, Dardai eben noch zwei, die da immer reinrutschen können. Aber für mich sind so ein bisschen diese Außen, ja, Kenny bin ich auch noch nicht überzeugt. Äh, nach vorne, ja, aber nach hinten auch faserig, weiß ich nicht. Also die beiden Außenverteidiger und Torwart, sag ich mal, das ist noch so ein bisschen unsere Baustellen. Da müssen wir sehen, ob da noch was kommt oder Stabilität reinkommt oder, keine Ahnung, vielleicht noch einer aus dem Jugendbereich oder so. Wir müssen es sehen. Ja, dann, zum Ende hin, dieses, äh, Spieltages für Hertha, für das Freitagsspiel, haben wir noch unsere Hidden Shit. Ja, ja, und der Hidden Shit und Hit ist für mich ganz klar Luke Bakio, muss man sagen, ähm, mach weiter so, äh, dann ist alles gut und für die Hertha vor allem gut, da haben wir noch sehr viel Spaß. Ähm, und, äh, Shit, äh, ist eben, ähm, Torschuss. Ja, ja, also die, äh, die Torschüsse, sei es Juk, äh, sei es, ähm, Luke Bakio eben viel, Konga teilweise und so, äh, das ist alles noch, äh, Verbesserungswürdig. Also das ist wirklich, ähm, da muss dran gearbeitet werden, äh, weil durch diese Chancen, da hätten, wenn da mal der eine oder andere reingeht, hätten wir ja das Spiel auch gewonnen. Und, oder gegen Frankfurt war das ja auch ähnlich. Also, Torschuss ist Shit, das war Shit und Luke Bakio Hit, ja, das ist Hit und Shit, äh, in diesem Spiel gewesen. Ja, dann nächsten Samstag gegen Dortmund, ja, wieder eine Brust, ja, äh, zu Hause. Wird nicht einfach, äh, wird nicht einfach, aber, ähm, ich sag mal, ich bin guter Dinge. Und, äh, wenn die, äh, Stabilität so bleibt, dann spielen wir auf jeden Fall mit, was dann am Ende rauskommt, äh, was zählbares wird man dann sehen. Das hat ja auch immer was mit, äh, Tagesformen zu tun und Situationen. Ich sag nur Elfmeter. Ja. Äh, vielleicht auch mal auf der anderen Seite. Genau. Aber, äh, ich hab irgendwie trotzdem, äh, man liest es auch in den, äh, Foren und, äh, eigentlich sind alle gut drauf, ähm, auch durch die Niederlage müssen wir nicht die, äh, alle die Köpfe hängen lassen. Nö, müssen wir nicht, weil die Jungs haben wirklich gut performt. Und ich sag mal, ähm, es heißt ja auch so, wer immer fleißig arbeitet, wird dann auch irgendwann was ernten. Und das ist, glaube ich, bei Hertha zu sehen. Wenn die weiter so dranbleiben, dann kommen auch die Punkte, ja. Da kommen auch, äh, gewonnene Spiele und so weiter. Das, äh, äh, wird dann, denke ich, auch in die richtige Richtung gehen. Ja, man merkt es. Es ist schon eine andere Handschrift zu sehen. Also, als letzte Saison, das kann man, äh, unterschreiben. Und, ähm, das ist ja schon mal was ganz Tolles. Und wenn wir diese eben genannten Baustellen noch ein bisschen bearbeiten und dann vielleicht, äh, was hinbekommen, was Vernünftiges, wunderbar. Ja, dann läuft's. Dann kommen die Punkte ganz von selbst. Ja, ich bin jetzt durch. Ich hoffe, dass, äh, nächstes Mal wieder die gute Nicole dabei ist. Und, äh, ja. Dann sage ich an dieser Stelle, bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis denne. Tschüss.